Hallo bei Kreuzfahrt 3D. Wir sind hier an Bord der AIDA-Deva in Antalya in Port Agnes, dem Bus Terminal von Antalya. Und bei wunderschönem Wetter sind die Gäste hier an Bord gekommen, um die Mittelmeer 16 Route mit diversen Zielen in Griechenland und Ägypten zu erleben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020